Bekomme ich, weil ich nur eine kleine Rente beziehe, die 300 Euro Energiepreispauschale nicht ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine ganz interessante Anfrage erhalten. Ich lese es mal ganz kurz vor. Bei einer kleinen Rente plus kleine Witwenrente werden dann auch die 300 Euro gezahlt. Ich denke, diese Frage beschäftigt viele Witwen. Bei Ihren FAQs konnte ich diese Frage nicht finden. Also Sie meinen wahrscheinlich die Antwort auf diese Frage. Danke im Voraus und so weiter. Also erst mal recht herzlichen Dank für die Anfrage. Die Gesetzeslage ist relativ eindeutig. Wenn Sie eine Altersrente beziehen und parallel dazu eine Witwenrente, dann haben Sie Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale. Aber nur einmal. Sie bekommen sie entweder nur für die Altersrente oder entweder nur für eine Witwenrente. Wenn Sie also Mehrfachrentenbezieher sind, Altersrente plus Witwenrente oder Witwenrente, dann erhalten Sie die Energiepreispauschale nur einmal. Und im Gesetz steht eines nicht drin. Dass Bezieher kleiner Renten von der Energiepreispauschale ausgeschlossen sind. Entscheidend ist nur, ob Sie am 1.12.2022 Anspruch auf eine der genannten Renten haben. Altersrente, Hinterbliebenenrente oder Rente wegen Erwerbsminderung. Und da Sie zwei Renten beziehen, bekommen Sie auf jeden Fall oder haben Sie auf jeden Fall Anspruch auf die Energiepreispauschale 300 Euro nur einmal, wenn Sie diese genannten Renten am 1.12.2022 beziehen. Es interessiert überhaupt keinen Menschen, wie hoch Ihre Rente tatsächlich ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Werden kann man nicht inhaltlich sein. Jetzt steuern little. reinforce er administrators in política geistee und einer weiteren neuen Aufgaben ist genau der be AU Schmutzung. Untertitelung bef�� www.rentenbescheid24.de